Verdiene 83,67 Euro pro Stunde mit dieser genialen Strategie. Herzlich Willkommen zum neuen Video und in diesem Video werde ich dir mal meine ganz genaue neue Strategie vorstellen, mit der ich es geschafft habe, in unter einer Stunde über 80 Euro zu verdienen und das Ganze mit einer 100% sicheren Methode im Internet. Das Ganze hat nicht nur bei mir funktioniert, sondern haben auch schon einige Zuschauer, die diese Methode ebenfalls genauso umgesetzt haben, schon bereits über 8.000 Euro mit dieser Methode verdient. Wie das Ganze funktioniert, wirst du in diesem Video ganz genau Schritt für Schritt erfahren, deswegen schau dir das Ganze jetzt auf jeden Fall bis zum Ende an. Viele denken beim Thema Online-Geld verdienen immer daran, dass man ein Risiko hat. Bei dieser Methode ist es allerdings anders und zwar ihr braucht keinerlei besondere Fähigkeiten für diese Methode, müsst auch keine Erfahrung haben und habt auch absolut kein Risiko. Wichtig ist nur, dass ihr alles wirklich 1 zu 1 genauso umsetzt und wirklich die Methode 1 zu 1 nachmacht. Außerdem unterstützen wir euch auch persönlich bei dieser Methode, das heißt, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr jederzeit auf uns zukommen und wir geben sogar noch kostenlose Anleitungen weiterhin dazu. In diesem Sinne, viel Spaß beim Video. Mein Name ist Leon Kramer und auf diesem Kanal gibt es immer die neuesten und besten Methoden in den Bereichen Online-Geld verdienen und passives Einkommen aufbauen. Falls dich diese Themen interessieren und du auch Online-Geld verdienen möchtest, kannst du gerne den Kanal hier komplett kostenlos abonnieren und die Glocke aktivieren, dann bist du mal auf dem neuesten Stand und verpasst keine weiteren Videos mehr, die dir dabei helfen, neue Einnahmequellen im Internet aufzubauen. Und heute haben wir eben eine super spannende Methode, mit der ich es geschafft habe, schon über 80 Euro pro Stunde zu verdienen. Wie genau, das werde ich in diesem Video ganz genau zeigen und natürlich auch beweisen. Deswegen wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß bei diesem Video. Ja, ohne groß Zeit zu verlieren, fangen wir natürlich mit dem Wichtigsten an und zwar mit dem Einnahmenbeweis. Und zwar sehen wir hier beispielsweise ein Ergebnis von mir. Und zwar hier sehen wir 83,67 Euro Gewinn und das Ganze habe ich in unter einer Stunde erzielen können. Mit welcher Strategie genau, das werde ich jetzt natürlich Schritt für Schritt zeigen. So, und zwar möchte ich heute einmal wieder auf die Plattform Quotenbulle eingehen. Habe ich euch natürlich wie immer in der Videobeschreibung verlinkt und hier könnt ihr sehr, sehr gut nebenbei Online-Geld verdienen. Das Ganze läuft folgendermaßen ab und zwar, ihr habt hier 0% Risiko und 100% Gewinn. Das Ganze läuft mit sogenannten abgestimmten Wetten. Wenn jetzt viele denken, okay, Wetten, da gehen bei vielen schon die Alarmglocken an. Das ist doch mit dem Risiko verbunden, man kann Geld verlieren. Allerdings nicht bei dieser Methode. Und zwar, ich erkläre es einmal ganz kurz, hier läuft es eben bei der Plattform so ab, dass wir hier einen Rechner zur Verfügung gestellt bekommen. Und dieser Rechner rechnet uns genau aus, wenn wir zum Beispiel eine Wette haben, wie viel wir wo setzen müssen, um einen 100% sicheren Gewinn zu erzielen. Und wenn man das das erste Mal hört, war bei mir übrigens auch so, würde man vielleicht denken, okay, das klingt doch zu gut, um wahr zu sein, das kann doch gar nicht funktionieren. Doch, das kann funktionieren. Ich werde gleich natürlich auch nochmal ein Beispiel geben, beziehungsweise jetzt auch direkt. Und zwar, das Ganze läuft folgendermaßen ab. Wir haben beispielsweise ein Ereignis, zum Beispiel ein Sportereignis. Das heißt zum Beispiel das Weltmeisterschaftsfinale im Fußball. Deutschland spielt beispielsweise gegen Brasilien. Und dann ist es zum Beispiel so, dass es natürlich verschiedene Anbieter gibt, bei denen man wetten kann. Zum Beispiel Tipico oder auch zahlreiche andere Anbieter, zum Beispiel auch eine Wettbörse. Und dann läuft es zum Beispiel so ab. Dieses Programm hier rechnet einem dann genau aus, wie viel man wo setzen muss, um eben einen sicheren Gewinn zu erzielen. Der Trick dabei ist eben, dass man nicht nur eine Wette hat, sondern zwei Wetten. Das heißt, eine Wette pro und eine Wette dagegen. Das heißt, wir haben zum Beispiel bei Tipico den Anbieter Nummer 1. Dort wetten wir zum Beispiel, dass Deutschland gewinnt. Und beim anderen Anbieter, zum Beispiel bei einer Wettbörse, dort wetten wir dann, dass Deutschland eben nicht gewinnt. Und so haben wir eben zwei Ereignisse. Und ein Ereignis muss ja eintreffen. Das heißt, wir haben bei jeder Wette immer einen sicheren Sieg. Das heißt, eine Wette muss ja zwangsläufig aufgehen. Jetzt werden einige kluge Köpfe oder schlaue Köpfe natürlich sagen, okay, wenn man jetzt hier auf beide Seiten wettet, dann gleicht sich das ja aus. Dann ist man ja irgendwo bei Null. Dazu kann man nicht sagen, ja, auf den ersten Blick schon. Allerdings kennt ihr das wahrscheinlich auch aus der Werbung. Es gibt bei vielen Anbietern dann einen Bonus. Das heißt, man hat zum Beispiel solche Werbeversprechen, zum Beispiel von Anbietern wie, zahle 50 Euro Einspiele mit 100 oder du kriegst nach zwei, drei Wetten 100 Euro Guthaben geschenkt. Und darum geht es eben. Das heißt, ihr setzt zwei Wetten eben ein und dann bekommt ihr eben, wenn sich das Ganze ausgleicht, immer wieder einen Bonus. Und durch diesen Bonus könnt ihr dann im Nachhinein eben dann die Gewinne erzielen und das Ganze auch wirklich als echtes Geld auszahlen lassen. Ich habe dazu schon mal ein ausführlicheres Video gemacht. Dort habe ich eben alles ganz genau erklärt, von der Anmeldung bis hin zum Gewinn. Hier nochmal ein kurzer Ausschnitt. Wir haben jetzt hier auf dieser Plattform verschiedene Tools, die wir verwenden können. Und zwar haben wir hier, wenn wir hier mal auf die Tools gehen, verschiedene Tools, wie ich gerade schon gesagt habe, und zwar den Quotensucher und zum Beispiel auch den Bullenrechner. Das heißt, der Quotensucher gibt zum Beispiel an, bei welchen Spielen man die besten Quoten hat, um eben eine Wette zu platzieren, um eben den maximalen Gewinn rauszuholen. Beim Bullenrechner wird einem dann genau angezeigt, wie viel man wo investieren muss, um einen sicheren Gewinn zu erzielen. So, und zwar in Schritt 1 melde ich mich erstmal hier komplett kostenlos bei Quotenbulle an. Könnt ihr natürlich auch machen. Habe ich euch in der Videobeschreibung verlinkt. Da könnt ihr euch auch gerne nochmal dieses Infovideo anschauen. Da wird das Ganze nochmal ganz genau erklärt, aber auch nur in gerade einmal anderthalb Minuten. Und ja, dann könnt ihr hier auf kostenlos starten klicken. Und ja, dann könnt ihr hier schon das Bronze Level auswählen. Das ist komplett kostenlos. Hier müsst ihr kein nichts bezahlen, gar nichts. Könnt ihr wieder komplett kostenlos testen. Und dann könnt ihr das hier auswählen. Dann kommt ihr hier zur Registrierungsseite. Könnt ihr euch hier komplett kostenlos anmelden, mit Namen, Nachname, Passwort etc. Und könnt dann hier euer Konto eröffnen. Und dann bekommt ihr eben, wenn ihr das Konto eröffnet habt, Zugriff zu den ganzen Tools hier. Das heißt, ihr bekommt dann Zugriff zum Bullenrechner, zum Quotensucher und könnt euch dann perfekt ausrechnen lassen, wo ihr wie viel setzen müsst, um eben einen sicheren Gewinn zu erzielen. Und um das Ganze jetzt auch zu beweisen, werde ich das jetzt einmal anhand eines Beispiels zeigen. So, jetzt sind wir hier bei Quotenbullar angemeldet. Und jetzt sehen wir hier schon die Bonusdurchläufe. Beispielsweise hier bei Tipico sehen wir oben schon, bekommen wir 100 Euro Bonus. Das heißt, bis maximal 100 Euro. Das heißt, wenn wir zum Beispiel 100 Euro einzahlen, bekommen wir hier 100 Euro geschenkt. Jetzt gehen wir nach unten und müssen hier jetzt Schritt 1 und Schritt 2 befolgen. Das heißt, wir müssen ein Konto bei Tipico eröffnen und dann hier danach etwas einzahlen. Da klicken wir jetzt einmal rauf. Und ja, dann kommen wir hier direkt gleich schon zu Tipico. Und hier sehen wir das Ganze auch schon. Ich ziehe es mal kurz ein bisschen runter. Genau, hier haben wir eine Einzahlung, die eben verdoppelt wird. Das heißt, sobald man zum Beispiel 100 Euro einzahlt, bekommt man direkt 200 Euro Guthaben. Und das wird gleich noch ganz, ganz interessant, wie ihr sehen werdet. So, das heißt, in Schritt 1 eröffnen wir uns jetzt hier bei Tipico komplett kostenlos im Konto und zahlen dann 100 Euro ein. Wichtig ist, dass wir das natürlich mit unserem echten Namen machen und dass wir eben das Ganze hundertprozentig richtig und seriös machen, weil es geht hier logischerweise um Geld. Das heißt, hier sollte man keine Fehler machen bei der Kontoeröffnung und bei der Einzahlung. So, jetzt haben wir hier unser Geld eingezahlt bei Tipico. Und wir sehen hier, wir haben jetzt hier, wie gesagt, 100 Euro Gewinn beziehungsweise 100 Euro Bonus. Und jetzt geht es weiter hier mit Schritt 3. Wir haben jetzt eingezahlt und hier sehen wir die ganze Sache nochmal im Überblick. Und jetzt geht es gleich weiter mit Schritt 3. Und zwar, dann werden wir uns hier eine bestimmte Wette raussuchen. So, und jetzt wird es eben spannend. Jetzt kommen wir eben hier zum dritten Schritt und zwar zum Schritt der Wette platzieren. Das heißt, wir suchen uns hier jetzt eine Wette aus. Dazu, ja, das geben wir jetzt hier auf den Quotensucher rauf und können dann genau sehen, wo wir wie viel setzen müssen, um einen bestimmten Gewinn zu erzielen. Das heißt, wir wählen jetzt hier einmal den Quotensucher aus. Das Ganze lädt jetzt hier kurz. So, hier sehen wir jetzt auch schon alle Spiele, die für uns in Frage kommen. Das heißt, hier zum Beispiel Borussia Dortmund gegen Hertha BSC. Und ja, hier sehen wir das Ganze. Hier haben wir eben eine Quote von 5,0 dafür, dass eben unentschieden stattfindet. Das heißt, hier bekommen wir eben fünfmal so viel, wie wir eingezahlt haben, wenn die tatsächlich unentschieden spielen. Dazu klicken wir jetzt hier einmal auf den Bullenrechner drauf. So, und hier sehen wir das Ganze jetzt nochmal in der Übersicht. Das heißt, wenn wir hier bei Tipico 200 Euro darauf setzen, dass unentschieden stattfindet, dann müssten wir als Gegenwette bei einer Betbörse, hier in diesem Fall zum Beispiel Orbit Exchange, 194,36 Euro darauf setzen, dass wir eben hier kein Unentschieden haben. Also das eine von beiden Mannschaften gewinnt. Und dann haben wir eben einen sicheren Gewinn. Und wie der Gewinn aussieht, das schauen wir uns jetzt einmal im Detail an. So, und jetzt sehen wir auch schon das Ergebnis hier. Und zwar, wir haben hier eben 100 Euro eingezahlt, haben 100 Euro Bonus bekommen. Und jetzt geben wir das Ganze jetzt hier einfach mal ein. Und zwar, wir haben hier, hat die Gegenwette gewonnen. Und jetzt speichern wir das Ganze. Und ja, jetzt sehen wir das Ganze auch schon. Und zwar, wenn das lädt hier, zack, einen Moment noch, hier. Ja, genau. Jetzt sehen wir das Ganze oben. Wir haben einen Gewinn von 83,67 Euro erzielt. Wenn jetzt einige sagen, ja, das Ganze funktioniert auch eh nicht, testet es gerne selbst aus. Es ist komplett kostenlos. Die ersten zwei Durchgänge sind komplett kostenlos. Und im Schnitt verdient man pro Durchgang, habt ihr ja gesehen, ungefähr 80 bis 100 Euro. Und ja, dann könnt ihr das Ganze selbst gerne einmal testen und euch dann auch die sicheren Gewinne hier auszahlen lassen. Ja, ihr habt jetzt gesehen, wie das Ganze funktioniert. Und ja, falls ihr das Ganze selbst jetzt einmal ausprobieren wollt, klickt gerne auf den Link in der Videobeschreibung. Dann kommt ihr direkt zu dieser Seite hier. Und selbst wenn ihr skeptisch seid, testet das Ganze einfach mal aus. Ich habe auch schon teilweise ein Interview gemacht mit einem Zuschauer, der mit dieser Methode schon alleine im allerersten Monat über 2.500 Euro verdient hat. Das werde ich euch auch mal in der Videobeschreibung verlinken. Und dann klickt ihr hier einfach auf komplett kostenlos starten. Und dann seht ihr hier schon folgendes. Hier gibt es eben das komplett kostenlose Bronze Level. Wie gesagt, hier könnt ihr zwei Bonusdurchläufe, wie ich sie gerade gezeigt habe, machen. Und ja, dann habt ihr aber auch noch die Möglichkeit, falls ihr dann zum Beispiel überzeugt seid von den kostenlosen Bonusdurchläufen und zum Beispiel schon ungefähr 200 Euro Gewinn erzielt habt, dass ihr das Ganze dann langfristig machen könnt. Und eben dafür, dass ihr den Quotensucher und den Bullenrechner immer nutzen dürft, müsst ihr eben dann eine kleine Gebühr zahlen. Das heißt zum Beispiel die 18 Euro oder 16 Euro oder auch nur 12 Euro beim Diamant Level. Und da haben wir eben mehr als 50 Bonusdurchläufe mit drin. Das heißt, wenn man hier pro Bonusdurchlauf ungefähr 80 bis 100 Euro verdient, seht ihr schon, was da vom Potenzial drin steckt. Und als das Beste kommt jetzt noch, ihr bekommt sogar noch einen Code an dieser Stelle und zwar mit dem Code LEON10 spart ihr sogar noch mal 10 Euro. Das heißt, ihr habt hier beim Silber Level nur noch 8 Euro und beim Diamant Level sogar nur noch 2 Euro. Und ja, das ist eine Sache, die lohnt sich auf jeden Fall. Deswegen testet das Ganze gerne aus. Ihr könnt keinen Verlust machen, wenn ihr es genauso macht, wie ich es im Video gezeigt habe. Deswegen testet es gerne aus. Link dazu in der Videobeschreibung. Und wir haben noch einen kleinen Bonus. Und zwar, falls ihr noch weitere Fragen habt, zum Beispiel zum Quotensucher, zum Bullenrechner etc., gibt es auch zahlreiche Video-Tutorials hier. Und wir haben auch eine Telegram-Community-Gruppe, in der wir alle Fragen beantworten. Auch den Link zu dieser Gruppe in der Videobeschreibung. In diesem Sinne testet es gerne aus. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, bleibt gesund und tschüss.